Der Frankreich-Block ist im Sekretariat, im deutsch-französischen Sekretariat für den Austausch in der beruflichen Bildung. Neben mir sitzt Herr Stiefenhofer. Guten Tag, Herr Stiefenhofer. Guten Tag. Dieses Sekretariat ist schon 1980 gegründet worden. Von wem und wozu? Das deutsch-französische Sekretariat für den Austausch in der beruflichen Bildung ist 1980 gegründet worden durch die beiden Regierungen, Frankreichs und Deutschland, mit dem Ziel, den Austausch in der beruflichen Bildung zwischen beiden Ländern zu fördern. Das ist also eine binationale Einrichtung? Wir arbeiten für beide Länder und sind auch ein deutsch-französisches Team, das hier in Saaröcken angesiedelt ist. Wie viele Jugendliche können von ihren Austauschmaßnahmen profitieren? Also wenn man sich mal die Statistiken anschaut, zum Beispiel in Bezug auf das letzte Jahr, so hatten wir über 2000 junge Deutsche und Franzosen, die am Programm teilgenommen haben. Und wenn man das mal auf die Länder aufteilt, so hat man etwas über 1000 junge Franzosen und etwas über 1000 junge Deutsche, die an diesem Programm, die wir finanzieren, teilnehmen konnten. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch die Lehrkräfte aus den Einrichtungen und aus den Ausbildungsbetrieben, die mitkommen natürlich. Das sind in der Regel pro Austausch zwei Personen. Wenn man das hochrechnet, kommt man da auch nochmal auf 300 Personen pro Land, sodass dank unserer Finanzierung bis zu 3000 Personen, fast 3000 Personen pro Jahr an den Austauschen teilnehmen. Das sind alle Berufsarten davon betroffen? Richtig. Also wir haben ungefähr 50 Ausbildungsgänge, die also in die verschiedenen Berufe münden sozusagen. Und das geht vom, ich sag mal vom Kfz-Mechaniker, Ausbildung zum Kfz-Mechaniker bis zur Ausbildung im Bereich der Bäckerei. Also man hat verschiedene Bereiche, die man abdeckt mit den Austauschen. Also das ist Gastronomie, wie gesagt, das kann Tourismus sein und Automobil bis zur Elektronik. Die Austauschprogramme richten sich vor allem an Lehrlinge, Apprenti und Azubis? Also wenn man sich das mal genauer anschaut im deutschen System mit dem dualen System, das wir in Deutschland haben, sind es Auszubildende. Auszubildende und in Frankreich ist das System, das Ausbildungssystem verschieden und da sind das also Elev, also Schüler von beruflichen Vollzeitschulen zumeist, aber nicht nur. Da gibt es auch die CFA, wo es sich dann tatsächlich um Lehrlinge auch handelt. Wie kann man sich so eine Austauschmaßnahme vorstellen? Wenden sich die Auszubildenden an Sie oder wie funktioniert das? Also es ist zumeist so, dass die Bildungseinrichtungen sich an uns wenden. Das sind Berufsschulen, das können aber auch Kammern sein, Innungen oder teilweise auch Ausbildungsbetriebe. Aber meistens sind es Berufsschulen, die kommen auf uns zu, reichen ihre Bewerbung ein und zeigen ihr Interesse an einem Austauschprogramm mit dem anderen Land. Und dann ist es so, dass wir dann den Partner im anderen Land suchen. Wir haben eine Datenbank, wir haben andere Bewerbungen, natürlich eine Vielzahl an Bewerbungen und sehen uns auch als Schnittstelle, um dann dementsprechend einem französischen Partner, einem deutschen Partner anzubieten für ein Austauschprogramm und natürlich auch andersrum genauso. Sie organisieren diesen Austausch auch in gewisser Weise. Begleiten Sie den auch? Also wir sind vor allem für die Finanzierung zuständig. Das heißt, wir haben natürlich eine ganze Palette an Zuschüssen, die wir da anbieten im Rahmen der Aufenthalte, aber auch zum Beispiel Sprachausbildung im Rahmen dieser Austauschaufenthalte. Und ja, wir bieten da diverse Maßnahmen an, aber die Organisation selber liegt in der Hand der Ausbildungsbetriebe. Das heißt, wir stehen mit Rat zur Seite und beantworten die Fragen, die wir können. Aber es ist dann so in der Regel, wenn Sie ein Austauschprogramm haben und wenn es um die Organisation geht, dann ist es so, dass die deutsche Seite den Aufenthalt der Franzosen in Deutschland organisiert. Und andersrum genauso, die französische Seite organisiert dann den Aufenthalt der Deutschen in Frankreich. Unterscheiden Sie zwischen Berufsausbildung und Berufsfortbildung in irgendeiner Form? Also wir unterscheiden in dem Sinne, weil wir sagen, wir haben also auf der einen Seite die Erstausbildung, die berufliche Erstausbildung und da ist die Mindestdauer drei Wochen für einen Austausch und eine Mindestgruppengröße von acht Personen. Und gleichzeitig gibt es noch die berufliche Fortbildung und da ist das Minimum zwei Wochen für die Dauer und bei der Gruppengröße sechs Personen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.